There is nothing left in her eyes. Nothing of Wanda. Such peace. Such a harmony of energies flowing through one form. She really is something, isn't she? I always believed the Scarlet Witch was powerful, but through Lilith, Wanda Maximoff has become transcendent. Shut up, both of you. Verfluchen? Ey, ich wende auch mal Fluch auf dich an. Verhext? Das macht nichts. So. So, schnell. Aktion, der startet sehr gut. Kamera, dreh dich doch mal, Mann. So kann ich den nicht killen. Oh, magic. Sprüge auf sie. Stimmt! Ah! Ah! Musik Well, this encounter has certainly smashed my expectations. Come now, Bruce. Can't let yourself get too carried away. We were planning on taking them alive. Then again, Wanda Eliminate them! This is over! We must leave! Now! Winda, stop! It's me! It is not her, Nico! She cannot hear you anymore! Please! Yeah! So gefällt mir das! Always on the hunt! 150 Guloss! Wanda ist verloren! Doch wir werden sie zurückholen! Die wahre Helden es tun! Wanda ist verloren! 35 e пока! � Did you see that? I know you did! Did I see her almost destroy all three of us? Then yes! She hesitated! And then blew up the ground where you were standing… Still!... Wanda's in there! Somewhere! I know it! No… She is here… Impossible! Close it, now! What do you think I am trying to do? No escape. No more. You were saying, Wanda. You. Your fault. You will be no more. Enough! I am not Agatha. Don't say a word, Nico. What would be the point? You. 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 I just want to be left alone. We have our best. The game. At least we tried. Save it for a speech. I'm tired. We can talk tomorrow, when you are feeling better. Yeah, right. Might be a while. I will be here. But Wanda won't. Minus 1 Freundschafts-MP, shut your bitches up. Ilyana, are you okay? My best friend just tried to murder me. What do you think? We knew trying to save Wanda was going to be a risk. I know. But is it really worth risking the life of everyone here to do it? I think so. Do you not? I just want to close my eyes, and when I reopen them, have this all be some bad dream. We both should get some sleep. It's the only thing left to do tonight. Good night, Magic. Good? There is nothing good about this night, Hunter. Nothing good at all. I don't know. I don't know. Today. Oh no. Also, okay. Charlie. Hunter, if you're looking for caretaker, she went to her room. Yeah, and she made it very clear she doesn't want to be disturbed. She's pretty upset. We really screwed up, didn't we? I knew we shouldn't have gone messing with that mirror. I'm worried about Nico and Magic. I think they're in shock or something. We're all in shock. It's gonna take some time for us to pull it back together. If we manage to pull ourselves together at all. It's all good until you idiot just didn't do anything to do what you should do. She pushed Wanda right out of the Abbey. Again. I'm not exactly in the mood for visitors right now. Caretaker. It is Hunter. Damn it Hunter, I said leave. Mark, t'es tue, hein. Caretaker. I did two of. It is Hunter. Damn it Hunter, I said leave. Okay. Mann, oh Mann, ey. Wird, glaub ich, mal wieder Zeit für eine neue Frisur, hä? Nach der Niederlage. So ein Bobhaarschnitt oder so. Okay, hier ist es Jesus. So, hier. War wieder frisch gemacht für den nächsten Tag. Wo ist der Bart? Der Disperhauung. Hä, wo war ich denn? Faut sich zwölf. Tony. So. Äh. Okay, wir haben noch L-Gefahr zum Labern und Dr. Strange in der Haupthalle Yo, Strangey Boy Wir haben da was getan Äh, das werden sie nächstes Mal bestimmt Ich bin sicher, dass sie jetzt wissen, dass es besser wäre mit dir da Das werden wir, mein Freund Ich hab mich vorbereitet Einen neuen Haarschnitt Den Bart gestutzt Oh, ich bin vorbereitet And here I thought we were finally starting to trust each other They went behind our backs Nearly cost us everything They were trying to save their friend Like any of us would do Please, I would never do anything that reckless Do you even hear the words coming out of your mouth anymore? I would never do anything that reckless Given the stakes Really? Okay, fine I would never do anything that reckless Today I give that a solid maybe Scattering our forces by going rogue hinders more than helps I know Us grown-ups are busy looking at other things But I'm open to young upstart disruptors You know Disrupting Nobody likes feeling stuck on the sidelines But we have to battle our impulses to win the war Ja, das wohl war Herrgefer War das deine Meinung zu dem allen hier? Ich mach mir Sorgen ums Team I am not worried about me I am more concerned with how everyone else is faring Not well, obviously I am sorry you were unable to save Wanda But at least you tried I can't help but feel responsible for how things played out Perhaps I pushed you too hard to save her too soon Before you, Nico, and Magic were ready Äh, es gibt keine Entschuldigung für unser Versagen Es ist nicht deine Schuld What happened was not your responsibility We chose to betray Sarah's trust and put the lives of everyone here in jeopardy You did not make us Yes But if it wasn't for me emboldening you We may have avoided this whole mess I cannot get Wanda out of my head now Seeing her like that I know I did not know her before she fell But she was in so much pain It permeated from her I could feel it tear right through me I just wish I could have freed her from it I know, dear Me too Maybe you'll get a chance to again In the meantime, don't beat yourself up about it too much And remember how much Sarah and I love you Hm Hm Ich versuche dran zu denken Mehr Also ein wohlverdientes Bettchen können wir uns jetzt wohl nicht leisten, ne? Äh 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 Eine traumlose Nacht Eine ruhige Nacht Der lange mal wieder Der einzige gute Elefant im Raum ist einer, der dem an eine Wand hängt Vertiefen wir uns in diesem Sinne in die gestrige Katastrophe Es ist der falsche Zeitpunkt Das halbe Team ist abgehauen, Steve Unsere Geheimwaffe und einzige zuverlässige Transportmethode ist Malra hat ein Map in eine Falle gefolgt, die sogar Wonder Woman Wonder Man bemerkt hätte Wonder Man? Das ist gut sein, Tony Wir können ihr schlecht vorwerfen, was sie getan haben, um Wonder zu retten Und seit wann tanzt Iron Man zu einer anderen Pfeife als seiner Es ist ein Witz, wenn du uns sagst, wir sollen die Regeln einhalten Ich glaube, wenn ich der Erwachsene im Raum sein muss, aber ich habe keine Wahl, wenn ihr euch wie Kinder zankt Tony Gestern haben sie ihre Kollegin an Lille verloren Geht das nicht auch für uns? Ist Benno uns nichts wert? Wenn du das Gefühl kennst, legst du dich nicht mit denen an, die etwas ähnliches durchmachen Gut, ich lasse es Vorerst Chanta Ich mag keine Veränderungen und du hast sie mit Nightsans verändert, aber selbst Ich sehe das Gute daran Die Abteil wird gerade etwas viel Können wir Können dir mir Alter, ich kann nicht reden Können dir mit mir etwas Ruhe und Frieden Ich komme Woher gehen wir? Wir sind nur mit dem Gehen, du weißt, um Spaß zu sein Ich dachte, deine Idee von Spaß wäre der Strange und Leibschritt Ich bin überraschend Wie so? Ich dachte, deine Idee von Leibschritt war der Dr. Strange Hm, der Erwachsene ist zu leicht für ein Sport Sometimes it's good to take a walk with someone who sees you as more than just an interdimensional doorman Maybe I don't think you totally suck, okay? You do not? But before you use the F-word, there are some very important ground rules No braiding each other's hair Actually, no touching each other's hair No sharing food And if you're thinking about nicknames, don't Clear? Warum keine Spitznamen? Nicknames are not a favorite of mine either Although they do have a benefit They are an efficient way to identify If it is really you or if you are possessed by a demon Don't worry, if that happens A nickname would be one way to snap me out of it With rage Fair enough Hm Out of curiosity What did I do to earn this new place in your social hierarchy? Why do you have to be so annoying about it? You know how to be bad, but in a good way I like that You too, Illyana So? It is settled We are friends There you go with that F-word again Don't ruin it, Hunter I will use another word then Flattered Weil das ist was ich bin. So, das hänge ich jetzt ja auf ey. So, finde ich nämlich auch. Ich muss zugeben, dass Lilith, die den Fokus unserer Schwestern aus dem Zirkel missen lässt, mich diese Tage zunehmend frustriert. Ich spüre, dass sie sich von einem Salemer Mann aus dem Dorf ablenken lässt. Ein Blatt darf solchen Impulsen schlicht nicht nachgeben und ich habe sie vor ihrer Torheit gewarnt. Nach dem Vorfall habe ich im Bereich um das Grab meine Puppen verteilt. Caretakers Puppe habe ich in den Baumfestungen gelegt, die ich entlang der Felswang am Hand des Träumers errichtet habe. Meine Puppe liegt bei der Teeparte, die ich am oberen Ende der Treppe über die Grabstätte aufgebaut habe. Für Mutters Puppe habe ich eine Festung unter den Steinstellen errichtet. Hallo. Mann, das scheiß Gemälde ist mir doch egal. Liliths Freigast hat mir schon immer Sorge bereitet. Ich dachte, hierher zu kommen würde vielleicht helfen, diese Energie auf unsere Arbeit zu richten. Doch ich lag falsch. Erst hat sie diesem Sterblichen geheiratet, nun scheint sie ein Kind zu erwarten. Als wäre ein Geliebter nicht Ablenkung genug, ein Halbblatt nachkommen in diese Welt zu bringen. Das ist nicht nur falsch, sondern auch extrem gefährlich. Sie meint, dass aus mir der Neid spricht und ich kann nur lachen. Mein Begehren nach der Ablenkung der Liebe hat vor tausend Jahren sein Ende gefunden. Jeder trauriges Leben. Liliths Gemahl Gregor ist verstorben. Eine tödliche Krankheit hat Salem erfasst und selbst Lilith und ich sind betroffen. Viele haben schon ihr Leben verloren. Ich sehe, wie sie ihren geschwollenen Unterleib umklammert. Ihr Gesicht ist vor Angst gezeichnet. Es sagt mich, es sorgt mich, was aus ihr wird, sollte sie das Kind verlieren. Ich spüre einen Wandel in meiner Schwester. Sie ist immer schon ihren eigenen Weg gegangen, doch diese emotionale Freiheit wächst zu etwas düsterem heran. Hilf dem Helden. Nur Arbeit, kein Spaß? Ist es schon Freitag? Ach richtig, bei dem Job gibt es gar kein Wochenende. Hängen wir Robby Raids ab, so wie er es liebt. Wie kann ich denn absichtlich mit dem abhängen? Auch die Optionen dafür. Jo, was geht ab? Ihr braucht eine Höfe. Magik und Nico brauchten meine Unterstützung. Ich konnte nicht sagen, nein. Hey, ich liebe Hijinx. Du musst wirklich großartig machen, um nach Wanda zu schützen. Stimmt doch gar nicht immer relativ. Ja, ist nur Spielraum. Immer relativ. Es depends on what the situation calls for. The situation always calls for rebellion. We're the grunts who do the work no one else wants to do. Perhaps you are right. Can you say that again, so I can record it? I don't hear that phrase too often. If you ever want to break more rules with your little posse, count me in. Fähigkeiten verbessern. Ruf zu den Waffen. Not everyone wants my advice. But they're going to get it either way. Dann verbessert sich doch gar nichts dran. Zurückwerfen? Ach doch, Zurückwerfen kommt dazu. Okay. Gut, gut, hab nichts gesagt. Neue und improve. Oder? Ach, keine Ahnung. Jetzt hab ich sowieso verbessert. Jetzt ist auch egal. Gewährt allen Verbündeten 44 Blocken. Oh, I like that. Hydra won't want to tussle with me now. So. Tägliches Sparring. Plus 10 Macht erhöht die Größe von Flächenfähigkeiten. Kampfbundus für ausgewählten Helden. Na, komm. Ich kann sehen, dass du deine Reputation gewonnen hast. So, wer erhöht, erhöht die Größe von Flächenfähigkeit. Ach, das geht für ihn. Scheiße. Hätte ich lieber Magic mitgenommen. Mist. Füge verbesserten Heldenfähigkeiten zufälligen Mods hinzu und misch diese neu. Schmelzzieger, den brauchen wir. Danger, Wunder. Eat your heart out. Fähigkeitsmods anwenden. Der Schmelzzieger. Sobald eine Karte im Hof verbessert wurde, kann sie durch den Schmelzzieger eine zufällige zusätzliche Modifikation erhalten. Zuvor modifizierte Karten können durch den Schmelzzieger weiter modifiziert werden. Modifi... Shut your bitch, er sagt... Weiter modifiziert werden, doch die Kosten steigen mit jeder neu gewürfelten Modifikation derselben Karte. Zeig mal her, dat Ding. Wird heiß. Ich die jetzt nehme. Was kommt denn dazu? Ach hier. Erhalte Konter bei KO. Erhalte Konter bei... KO blocken. 100... Ah, warte mal. Kann ich das denn dazu? Mach mal okay. Ach so. Verstehe. Das hatte ich ja, glaube ich, schon, ne? Gewehre KO, jaja. Verstehe. Wenn ich jetzt... Oh, Alter. 100 Heldentatessenzen und... Credits. Also, beim Nachziehen verbergen. Du werd mit dieser aktiven Fähigkeit nachziehen. Machen wir das. Da sind viele, aber wir werden stärker. Aber wir werden stärker. Magik. Beim Gruppensturz, das wäre geil, wenn ich dann noch was drauf tun könnte. Erhöhter Schaden, 20% Offensive. Wende eine Schwächung an. Erhöhter Schaden. Erhöhter Schaden. Gib mir nur ein Target. Just give me a Target. Aua. Das Bruder mein, was hat er? Aber wenn ich... Ne, hier, geht mal hier. Ziele bei K.O. eine Karte. Wäre geil, wenn ich hier schnell machen könnte oder so. Blutung. Erhöhter Schaden gegen betäubte Ziele. Keine Worte. Ich werde meditieren, bis du bereit bist. Kann doch nicht hier raus. Ich musste jetzt... Dann... Dann... Dann wende zweimal Blutung ein dabei. Ist okay. Knie-Stoß. Erhalte bei K.O. Blocken. 10% Chance der Betäubung ist halt eh. Ja, gib mal das Blocken mit dabei. So bin ich besser. Gib mir das mal ein Mal. Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Entscheidung. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Dr. Sven Tupaling. Ups. Hunter, es ist schwer, einen Meister der Magie zu überraschen und zu erfreuen, aber du findest weitere Wege. Man sollte sich immer den Kopf freimachen und von vierten Gedanken die Probleme bereiten wollen. Wenn ich das auch beabsichtige, würde ich lieber warten, bis wir die Stille teilen können. Bis wir die Stille teilen können. Ja, komm, wir gehen entspannen. Schön. Oh, das ist genau das, was ich brauchte. Eine Chance, um mich zu entspannen, um zu entspannen, um zu entspannen, um zu entspannen. Ein Avenger. 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 Aber ist das all I am? All I want to be? Perhaps this is what you should meditate on. Yes, that's a bright idea. Thank you for still having faith in me, even when I've lost faith in myself. You are proving to be a most unexpected friend. Dafür sind wir da, mein Freund. Gemeinwohl, passiv, gewöhnlich. 50%ige Chance, pro Zug einen Helmut zu generieren. Die Midnight Palette, okay. Don't you think with all my knowledge, all my expertise, I could have helped save Wanda? No. Why? Because we do not trust you, strange. Your problem, magic, is that you don't trust anyone. Why should I? Where were you when Wanda was taken? What have you or any of the other Avengers done to rescue her? I thought we resolved this already. There was nothing any of us could do. No, you resolved it out of your mind. We acted. And had you elicited my help, you might have succeeded. Please. You Avengers would only have gotten in our way. I suppose we'll never know now, will we? And people say Tony's ego's big. Oh, enough of this. I have to attend to some issues in Limbo. Someone has to make sure we have safe passage through space time. Now who is running from a fight, Hyliana? Gut, so that I'm not going to drink a money, though. There'd be one cave, please. I have lost at it. Spider-Man, I have no idea. Spider-Man, I have to do it. There's a movie. There's a movie. Mary Jane. And. So. A movie. Well, I have to go.